So und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Wheels, wirklich Silas, zu einer neuen Folge Hot Wheels. Ah, ich bin jetzt schon bald weg, mit der Drohne, warte ich komme wieder runter. Das lasse ich einfach so, das ist so. Natürlich seid ihr mit dem Silas, mit seinem wunderschönen Gefährt. Was auch mir schneller ist, viel schneller als meiner natürlich. Und wir fahren heute die letzte Meisterschaft bei Hot Wheels. Damit kriege ich auch den letzten Erfolg im Spiel, der mir fehlt. Ich bin auch 30 Game of Scores, was ich jetzt auch haben möchte. Dazu machen wir eine schöne Meisterschaft. Natürlich, ich hosten werde, weil ich ein Führer bin. Der Führer. Ja, der bin ich auch. Er ist wieder da. Nicht er. Ja, das musste sein. Wir machen mal da ein bisschen weniger. Die Welle ist ein scheiß Stand. Wir nehmen mal... Na, hier Loop the Loop und wir nehmen einmal... Ne, den Boostersprung. Ist ja voll geil, ne? Ist richtig erotisch. Erotisch. Dann machen wir nach die Rundstrecke. Zwei Runden. Und noch ein Sprinter, würde ich sagen. Neue Wildwagen. Kann man mal machen. Muss man aber nicht. Nehmen wir das hier. Also quasi Team-Inkompetenz gegen Team-Driver-Tab. Super, Silas. Das Highlight der Folge. Das rübst erst noch fett ins Mikro. Ich hab ganz normal gerobst. Ich hab das Mikrofon nicht extra... Ja, das ist ganz normal, ne? Jeder Mensch, zehn Sekunden lang. Cola macht's möglich. Ja, ne? Also, der Schiller-PP für Cola. Dankeschön. Was war ich? Dann fahren wir drei, ne? Ja, wir mal drei. Dann fahr ich mit dem Auto an. Mit dem Fiat, ne? Bei dem krassen Teil. Du krass Junge. Nein, ich fahre an. Dann spielen Italiener. Okay, da. Den gibt's hier leider nicht im Spiel. Ich würde das sogar feiern, wenn der ins Spiel kommen würde. Oder an Forza 7. Ja, ich würde auch lustig spielen. Und ich hätte einen Bodykit so einen halben Meter breiter. Wie jetzt. Tiefi, sonst was. Mit den Felgen. 20 Grad Sturz. Bei Need for Speed Carbon konntest du das Dach ja so droppen, so runterlegen. Stell dir vor, das kann man dann machen. Da kann man sogar, wenn das Dach nicht ganz so weit nach oben wäre, vielleicht ein bisschen was rausholen. Auch nur ein bisschen. Und dezent. Porsche, das ist ready for. Das ist LaFerrari. Ach du Scheiße. Nein, nein, nein. Wie das aussah. Hast du runtergefangen? Nee, natürlich nicht. Was ist das, was du doch noch gerade? Du hast doch überhaupt nicht gesehen, wie das, ne? Nein, ich hab's auch nicht gesehen. Ach, der Wettel auch auf mir ganz kurz? Echt? Bei mir war ich neben dir. Meine Lobato, das ist doch ein robener Ferrari. Ja, der Wettel ist gerade dumm, ich oder du dumm. Und die Connection ist von mir. Deine Connection. Oh yeah. Du kriegst hier wieder Qualität und Niveau rein. Ja, auf jeden Fall. Übrigens als kleiner, ich sag mal, schon mal Spoiler von morgens. Er kommt morgen bei mir das Cupback-Review. Zum Mutigan-Carback, was wahrscheinlich in einer Stunde erscheint, wenn die Folge rauskommt. Wuhu! Alter! Clip. Clip. Was hast du nur gemacht? Schau mal weg hier, Larcher. Das musst du dir gleich mal angucken. Ja, aber was hast du nur gemacht? Erzähl mal. Das ist scheiße, Alter. Ich bin aus Versehen... Ja, ich hab... Ja, ne, ich weiß nicht, wie ich's erzählen soll. Ey Bugatti, nein, nein, nein! Guck dir am Ende der Folge einfach den Clip an. Dann nimmst du den nochmal drauf fertig. Und wissen alle, was passiert ist. Das war ja nebenbei so einbinden. So Bild im Bild. Ich hatte kurz Angst in meinem Leben. Er kannte direkt das mit dem 458 von eben auch nochmal einblenden. Ich dachte, du wärst gut. Dachte ich nicht. Ich bin die gut, ja. Was erwartest du? Also wir können ja mal kurz überreden, welches Erweiterungspack findest du besser? Blizzard Mountain oder Hot Wheels? Blizzard Mountain. Ja, ich will. Ich finde aber beide guten, muss ich sagen. Blizzard Mountain! Bei Schnee ist halt geil, ne? Also, den Fogelsang kein Block, das ist schon. Bugatti, schon mega. Und mit nem schönen Audi Quattro. Ja, da hatte ich ja noch ein... Eine Idee, was man da mit dem Carpack noch machen kann. Ja, mit dem Erweiterungspack. Musst du mal nach der Aufnahme erzählen, bevor ich's vergessen. Ja, top secret, ne? Top secret! Oh, nein, nicht noch meinen Seelenfehler machen. Nein, 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 ja. Machen, Backflip, ja, okay, ja, okay. Diese Physik, wenn du dich übersteigst, manchmal, ne? Geil. Wir führen nicht von den Punkten hin. Dieser hat keine Führer, ne? Nein. Aber bedanke dich gerne bei Mr. Kompetenz. Oh, komm rum ey. Essen und Cola, super Kombination. Grüße, aber wir holen ein bisschen aus. Dann schaffen wir das erste Rennen nicht. Deshalb wen? Mich. Okay. Immer noch O. Ja, alles klar, das Sprung richtig fällt. Das ist Fake! Fake! Nicht fappen. Nach der Aufnahme erst. Mach' los, mach' los. Was ist denn dieser Junge, ey? Oh, jetzt ist gleich schon... Schlagen gleich schon um vier Uhr. Ja, um fünf musst du los. Das werden wir ja wohl schaffen. Um fünf muss ich da sein. Ja, wie weit musst du denn fahren? Du schon. Mhhh... Zehn Minuten. Du schon noch mal zehn Minuten sag' ich mal. Ja. Was heißt, zwanzig Minuten brauchst du? Ja, um halb, um halb wollte ich hier los. Ja, das schaffen wir noch. Noch vierzig Minuten. Ja. Wir müssen noch zwei Rennen fahren. Das dauert zu lange. Ich hab' mir noch mal Goldat genommen. Zweimal, ne? Zehn Runden. Ja. Bei Nacht und Regen. Wir kommen bei Nacht und Nebel. Nein, 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 bitte nicht. Oh, Tittenknebel. Ey, 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 ey. Was wird denn das hier? Deutsch. Wo ist das wieder gehen? Ja. Man muss noch Deutsch genauso aussprechen, ne? Ja. Genauso wie die beiden Richtungen. Links und rechts! Dann gibt's doch ja und nein! Was? Nein! Nein, 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 nein! Okay. Was ist denn Weg hier? Okay, du sagst gar nichts. Ja? Ich werde die Rechten heute. Ja, MPD, sorry. Die Rechten. Gibt auch die Linken. Achso, da war das dann schon. Ich werde gar nichts. Weil einfach alle Scheiße sind. Machst ne eigene Partei, ne? Ja, die Rechten, sag ich ja. 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 Das hat natürlich nichts damit zu tun, als rechtsradikale Sorte. Ich habe ja auch ausländische Freunde. Sogar sehr, sehr gute. Kai. Nein, Spaß. Zum Beispiel Kubi, der ist ja Türke. Die kennen auch Kubi auf jeden Fall, ne? Ja, jeder kennt Kubi. Ja. Die kennen alle meine Abonnenten. Ja, die kennen alle Kubi. Was fahr ich denn jetzt? Ja, da kommt vielleicht noch den. Was wär's denn dann schönes? Ein sehr, sehr schönes Rennen. Äh. Ja. Sehr gut. Ein sehr, sehr schönes Auto, was ich beim Bergrennen gesehen habe. So rum. Ja, dass so viele schöne Autos gesehen sie das. Mhm. Ach, guck mal, MC12. Für fünf Minuten später. Soll ich mal den Link von deinem Video hier in die Beschreibung packen? Von dem Bergrennen-Video. Kannst du machen. In diesen Bergrennen-Videos. Video. Clips. In einem Video zusammengefasst. Also so ein S1 war ziemlich geil, MC12 war ziemlich geil. Aufschluss mal alle geil. Die war, ja, die eine Porsche geknallt hat, Junge. Richtig. Das sieht ab, übrigens ich geschnitten, ne? So geil geworden. Was? Was? Das geht auf einfach. Für dich Spaß bin ich auf die Idee gekommen, ein Queer-Format zu filmen. Ein schönes Hochformat. Aber es macht nichts. Wir haben daraus doch noch ein Prozess. Du hast doch keine Qualität wie das, ne? Wir haben da auch was Gutes bezaubert, ja. Hast du jetzt gesehen, was ich fahre? Ja, Delta. Run your Delta S4. Er merkt da, du kackt. 4.58 mit Bescheidung. Ah! War knapp, ne? Close, close. Ich hab die Kurve dann gesetzt. Wir müssen mal nach außen kommen, ne? Ja, ich hab Allrad, fahren eine leichte Kurve und im dritten Gang kommt das weg rum. Because wheelspin. Hallo, ich bin für viel Leistung. Und was bist du denn jetzt, du scheiß Banuel? Geh mal wieder zurück nach Spanien. Boah. Geht grad nicht. Was? Hat er eine Mutter gerufen? Nee. Hat er nach der Tür geklopft. Ja, und das geht halt grad schlecht, ne? Fabian, komm mal bitte essen. Ich hab ja grad Essen gemacht, das weißt du. Fabian, komm mal grad nutzen. Er ist doch grad, äh, Moment. Ein Eis hast du, bitte. Aber das ist schon ein bisschen länger her. Er ist nach vorne, als ich zwei Stunden. Nee, das ist schon so lange her. Wow. Was machst du da? Gewinn. So, was sieht's denn aus? Ja. Boah. Boah, hier kommt das Heck immer rum. Hallo, Abstand. Sicherheitsabstand von 150 kmh, 70 Meter Abstand. Oh, das war's schon. Ja. Habe ich gewonnen? Oh, ich hab gewonnen. Cool. Hm, erste von zwölf, hab ich gewonnen. Ich hab nicht auf die Position geachtet. Position. Guck mal, so ein alter, schöner Wagen macht so ein ganz komplett mit deren Hypercar Platz. Grammatik war super an dem Satz. An das Satz? An das Satz, ja. Einfach unter deinem, weiß ich, 1000 kW... ...Mustierdago oder so? Boah, da... Alter, dazu muss ich noch was sagen. Aber ich will jetzt hier im Video niemanden angreifen. Außer Schwule. Okay, Spaß. Außer Schwule, rechtsradikale Nazis... ...Schwarz sind. Oh, man. Wieso mach's mich? Und noch weiblich. Rechtsradikale schwarze Nazis. Die weiblich sind. Das... Das sind sie. Und das sind nur Juden. Die sind ganz schlimm. Auch Jude. Das ist wirklich alles Spaß. Weg mit dir! Die Bims Christ. Christen. Jesus Christ. Boah, jetzt schlägt das gerade schon ein bisschen, ne? Nur jetzt. War gerade ein bisschen gemütlich, ja. Nicht Vollgas. Gemütlich mit 310, der kennt es nicht. Also du fährst schon! Ich bin jetzt gerade erst gesport. Tja. Du hast halt kein Internet, ne? Du siehst doch mal ein. 125k, was hast du? 3k? Ich glaube 8, ne? Wow! Ich hatte auch eine 8k, ne? Das ist schon ein bisschen länger. 20 Jahre? Ne, da kam Motorsport 6 bloß. Anfang Motorsport 6. Und seitdem hast du schon so viel? Anfang Motorsport 6 habe ich 125k Leitungen bekommen. Glasfrau aber. Davor hatte ich 8k Kupfer. Kupfer. Boah. Und seitdem ist wieder schwul. Mit dem gar nicht her kann man nicht 4k Gay-Pornos angucken. Ja. Sehr interessant, auf jeden Fall. Wie sieht das? Hab ja auch einen 4k Monitor, ne? Muss ja auch lohnen, das Ganze, ne? Genau. Ich glaube auf nähere Details würde ich lieber nicht eingehen. Das reicht mir jetzt mal, worauf du stehst. Dann würdest du nicht in tiefere Details eingehen. Halt doch mal die Schnauze. Du verstörst meine Zuschauer. Ja und? Was sind denn deine Zuschauer, ich meine? Das ist eigentlich nur bei meinem Kanal, wobei. Aber das ist sowieso viel, viel hochwertiger. Deswegen abonnier Tanzverbot. Okay, wer jetzt Auto bin ich jetzt noch nicht gefahren? Weil ich dachte, den möchte ich. Viele? Das ist doch 300 andere oder so, oder 400? Da würdest du doch sicher nicht ein Auto finden, was du seit längerer Zeit nicht gefahren bist. Ja, den. Ich war erst zum Überlegen, meinen M5 zu nehmen, aber dann dachte ich mir so, nein, der hat kein Fahrwerk. Aber 1500 PS. Und halt Antrieb. Und bei 200 km. Dann dachte ich mir so. Tja, hat auch nicht jedes Auto, ne? Tja. 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 Das war super. Oh Gott. Helena Grand. Oh. Ja. Okay. Entschuldigung Mr.Liken. Mr. Lykel Mr. Hypersport ganz ruhig der ist heckfreudiger als gedacht 4,58 gegen F40, alt gegen 9 Geil gegen noch geiler Was ist geiler? F40 Na gut, sind wir uns einig Also beide geil, keine Frage, dann haben wir Autos Wobei, wenn man mir jetzt ein F40 entscheiden würde von 4,58 Speziale Ne, ne, Italia mit dem Liberty Walkthrough Rechnen würdest du nehmen? Was ist die Wahl schwerer? Ich würd hier ne 4,58 nehmen Mit Liberty Walk, der ist neuer Der ist neuer Alltagskaufrichter Ich würd hier auch ne 4,58 nehmen Aber was würdest du lieber haben, 4,58 oder 4,88? 4,58 Ich bin mir echt gar nicht sicher Speziale oder Italia? Italien Italien Ich glaub, der würde ich in Italien nehmen Tatsächlich finde ich in Italien schöner als im Speziale Der Speziale ist irgendwie so ein bisschen eckiger Ich finde den Speziale schöner Pizza Speziale Nee, Speziale Ey, so ein, was ich 10 Meter voll 10 wurde überholt von dem Wehrrohr Der Top Speed So, ich war dritter, schön, dann so zack Vorüber auch vor mir Perfekt dich Und du bist noch zweiter geworden? Hä, ich war vierter, oder nicht? Ey, bei mir warst du zweiter Ich mein jetzt im Rennen, nicht in der Weiserschaft, ne? Ach so, das hab ich nicht gesagt Hopp ich nicht so schön Doch, ich glaub ich drauf Wieder wunderschöne Erfahrungspunkte Und zwar an der Zahl 10.359 10.672, ja? Get fucked Oh, das sah ja gerade richtig rote Schuss Ja, get fucked, ich hab einen fucked bekommen Oh ja, man So ein 4, 4,8, 19 F, 918 Sieht schon gut aus Die Theke ist ganz nett, ne? Die Theke will bei den Prozessen so vieler Prozessen Mal kurz bei den Erfolgen Und man sieht's da 2000 von 2000 Game Boss Und 121 von 121 Erfolgen So muss das Bam Und jetzt gehst du nochmal auf mein Profil Und guckst dir den Clip an Von gerade Wo ich so, what the fuck Kann ich machen? Ich mach trotzdem der Prozessen Weil es zuhört jetzt nicht in die Folge Doch, doch das gehört ja in die Folge Ich kann das irgendwo reinschneiden Aber was ich irgendwie zwischendrin mal Wo wir das gemacht haben, ne? Oder wo das Thema grad Auch wirklich da war Nicht erst am Ende Weil den lukt sie eh kein mehr Okay Könntest du das Vielen Dank fürs Mitmachen natürlich Und dafür nicht Okay Danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Dann würde ich sagen Tschüss 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 Vielen Dank.